Heute, wenn wir nicht von PwC haben, wir sprechen über Digitalisation von der Lützebäuer Ökonomie. In einer rezenten Etüde vom World Economic Forum gehört Lützebüch zu den zehn Ländern auf der Welt, die am besten für die Bereitssicht von den Opportunitäten von der neuer digitalen Ökonomie zu profitieren. Wer ist das zu verstehen? An dieser Etüde können Lützebüch effektiv auf den linken Platz von über 130 Ländern die analysiert kaufen. Was die politisch- und reglementäre Konditionen nun geht, tun wir so gut die Spitzenposition. Das Resultat, da sie ganz viel verspricht, für von der Weltweit rasanten Entwicklungen im ICT-Bereich zu profitieren. So ist die Verbindung von mobilen Geräten seit 1995 von Engem auf über 70 Prozent geklommen. Auf das Jahr 2025 wird geschätzt, dass 4 Milliarden Menschen ein Smartphone abholen und 30 Milliarden konnektierten Apparaten und Sensoren auf der Welt werden. Wir steuern also bei Welten, die immer mehr global vernetzt sind. Richtig, und da ist es wichtig, dass wir uns gut positionieren, also gut verbessern. Eine unterstützte Initiative, weil digitale Lützebüch oder die Etüde von der dritten Industrielle Revolution muss das Land sicherstellen, ob die richtige Plätze zu investieren, als in den Abwohner-Altmöglichkeiten zu gehen, für neue Wirtschaftsstrengen abzubauen. Das muss das Ökonomie mehr nachhaltig, und schafft gut für Aussetzungen für eure nächsten Jahrzehnte immer mehr Leute, in die Zukunft zu bieten. Lauf schon in Lützebüch ein interessantes Dynamikpunkte Start-ups, an der dort am ICT-Bereich. Du gehst effektiv ein paar interessanten Initiativen, sowohl für staatliche als auch für private, besonders gefördert durch die sogenannten Inkubateuren, wie den Technoport oder Newco, die an ihren Coworking-Spaces verschiedene Services wie Coaching, Mentoring und Finanzimenter für Start-ups anbieten. Heute soll die Firma noch die Initiative Fit for Start annehmen, die Coaching und Finanzimenter spezifisch für den ICT-Bereich proposiert. Zum Thema Digitalisation zu Lützebüch wird man sich schon einmal hören, von dem Jeremy Rifkin am November der Strategie von der dritte Industrielle Revolution wird präsentieren.